So, damit probieren wir es erneut. Heute mit dem Qualifying. Und der Trainings-Eindruck, den muss ich sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann nur besser werden. Schlechter geht es ja kaum. Okay, gehen wir mal rein. Kurze Qualifying. 18 Minuten, die jetzt hoffentlich eine etwas bessere Erkenntnis bringen sollen als die knapp 30, 35, 40 Minuten Training. Finde ich besser als das langwierige Intro vorher. So, okay. Geh mal rein. Aber das weiß er. Geh mal raus. Das kann nur besser werden. Gut, dass es die 107% nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob es die wieder hoch gibt, die Regelung. Aber ich habe da hinten so eine Trainingszeit. Pass auf, hinter dir ist auch ein Nest, Martin. Oh, ich hätte irgendwas Grünes kurz gesehen. Geh mal hin vorbei. Gerade ist mir lieber. Da ist bestimmt der Vettel hinter mir. Ich lass mal ziehen. Ja, nee, ist voll. Schade, dass du keinen Linksbisch mehr hochstellen kannst. Die Benzinmischung wohl nicht mehr hochstellen. Aber vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, nur. Nein. Ist doch ärgerlich. Kannst du es echt nicht umstellen, ne? Du fährst ja mit 6 Runden plus Sprit durch die Gegend. Das kannst du ja vorher einstellen, wie du mitnimmst. Das ist toll, der dich jagt da hinten. Ja, die KI kennt das halt nicht mehr Platz lassen. Der klebt aber ganz schöne Maßstab in Hinsicht gerade. Ja. Wie gesagt, die KI kennt das nicht mehr Platz lassen. Ich halte Claire 16,9. Hinter dem Marzipin. Puh. Alter. Da ist irre viel Verkehr gerade. Gott, das ist das. Sind die euch da? Warum die KI einfach nicht vorbei geht, verstehe ich nicht. Lässt die vorbei, dann bleibt die stehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Boah, Alter. Was zieht der Bottas da so rein? Der ist ja, der ist fast von der, also der war auf der Jahrlinie. Ich dachte mir wunderbar, du passt da locker dazwischen. Als drittes Auto. Und dann zieht der Bottas in dem Moment einen Schritt rüber. Super. Und Claire hat mir fast das Auto weg. Erst wenn man komplett von der Strecke weg geht, fahren die weiter. Kapiere ich nicht, was das soll. Ja, damit kann sich die Runde vergessen. Schade, die werden nämlich eine halbe Sekunde besser. Tut mir leid, ich wollte die wirklich vorbeilassen. Fahrer vor mir. Aber selbst dann nicht. Wenn du überlegst, Mazepin 1,4 Sekunden schneller als ich. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, wo ich sie liegen lasse. Ich vermute, dass es irgendwo wirklich noch nicht mit dem Benzindings liegt. Jetzt hätte ich gerade fast noch den Mic abgeschossen, weil er auch noch irgendwie ankam. Also das ist doof gemacht mit der KI. Du machst schon Platz, du fährst von der Ideallinie runter und die bleiben mal bestehen. Ich wollte dir jetzt da wirklich nicht die Runde versauen. Nein, alles ist gut. Alles okay, alles gut. Das ist gut. Es geht. Das ist gut. Das wäre eh nur zeitlich besser gewesen, das wäre niemals zur Position geworden. Du fährst in der 18.1, wenn ich ehrlich bin, und du fährst gerade mal anderthalb Sekunden. Ich weiß, wie gesagt, fühlt sich gerade echt wie ein richtiger Nackenschlag an, weil du einfach so chancenlos bist. Ich habe 1,1 Sekunden Rückstand auf Alonso, wir haben ja im zweiten Sektor, im dritten Sektor kriege ich es hin. Da habe ich 27,2. Ich muss demnächst auf jeden Fall mal noch meine HUD anpassen, die passt mir so überhaupt nicht. Verlinge mal rein, da warst du so gut dabei. Und hofft wir uns unter den paar Hineken. Ok. Shit, alles gut. Super. Kann ich sagen. Ich bin mal ein paar Hineken. Warst du also mal eine Hineken. Ich warst du auch nicht mal ein bisschen so schnell. W Lektor ich ab. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich bin tatsächlich über konflüssig. Ich bin genauer. Ich bin genauer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee. Nach bergauf, diese Rechtskurve. Okay. Kann mir jetzt gerade nicht sagen, wo. Die, äh, vor der DRS, kleinen DRS-Geraden. Ah, da hinten. Die, äh, vor der DRS-Geraden. Die, äh, vor der DRS-Geraden. Die, äh, vor der DRS-Geraden. Scheiße, ist schön liegen lassen. Ich wäre mit Glück auf 18.4, 18.5 gefahren. Das wäre dann auf deinem Niveau ungefähr gewesen, glaube ich, von der Zeit her. Ich habe aber in der letzten Kurve das Auto fast verloren und musste übelst gegenlenken. Oh nein. Oh nein. Oh. 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 fahrer vor mir also wir sind hinter mir der ganze männer des feldes die fit da bist du momentan 15 15 so gefahren als 18 4 oder so 50 1 18 1 ist meine beste zeit ok naja da komme ich wahrscheinlich nicht dran du musst es echt irgendwo am sammelsamt am rennen drehen vielleicht aber vielleicht war cax das qual training und das qualifizieren und zauberst einem rennen draus ich habe diesen scheiß knick alles verloren ja ich habe es am ende wie gesagt immer liegen dass wir werden noch mal richtig zeit gewesen ich hoffe so sehr dass sie das neue layout rein bringen das spiel und nicht diese scheiß also keiner brauche ich denke mal da kommt noch ein bisschen was ist sogar draußen nein ich bin in der box gerade rein ich hoffe dass ich jetzt unser treifen holen kann wenn ihr bereit jetzt geht es aber auch alle raus ja es muss jetzt passen mit dem letzten versuchen fährst du doch mal eine runde nein ich habe schon abgestellt ich versuche es noch mal ich lasse nur langsam mal ein bisschen wegziehen natürlich der nächsten hinter mir gleich den Williams ich habe nur blauen punkten hier gesehen wir haben mittlerweile drei autos die auf blau mit blauen in blau fahren und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020